hallo willkommen und konnichiwa mein kleines grüßes mal zurück zu ssa in der zeit dass wir zu bieten mit dem gefahrenen beutelag spielen folge 93 wir sind jetzt bis jetzt 3200 und zweimal gestorben ich glaube das letzte video ist vier tage her oder drei tage könnten könnte sein weiß nicht ob ich das beim letzten bei der letzten folge gesagt habe allerdings war ich ja beim frendo unterwegs und habe bei denen übernachtet und dann war gestern 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 habe ich mir noch eine anime-firma angeguckt und das hat dann nicht geklappt mit den videos aufnehmen apropos videos aufnehmen ich habe diese folge bis jetzt also das ist jetzt das ich glaube das dritte mal dass ich diese folge aufnehme ich habe ja bei den community community tab geschrieben dass zwei sachen passiert sind nun ja drei sachen die 32 folge wurde nicht ganz aufgenommen also 40 minuten 5 40 minuten und 15 15 sekunden fehlen und die zweite folge welche darauf gemacht habe das war irgendwie eine halbe stunde habe ich dir auch genommen und da fehlten irgendwas mit 27 minuten und dann ist mir das spiel während des spiels stehen geblieben und gerade habe ich noch gerade wollte ich im store was gucken um mir einige spiele zu kaufen und zwar resident evil triple pack also resident evil 4 5 und 6 und my beast inside oder beast inside und dabei ist mir dabei ist die weiß ich nicht dabei ist irgendetwas passiert mit der ps5 und dann stand da soweit ich das noch im kopf ab irgendwas ist mit der software es ist ein problem mit der system software aufgetreten deine ps5 wurde wieder hergestellt und ein fehlerbericht wurde gesendet gehe zum fehlerverlauf das habe ich mir auch angeguckt ich dachte mir so hä what the fuck was denn das für ein scheiß und ich hoffe dieses mal nimmt das video auf ich weiß nicht warum es passiert die probleme die habe ich eigentlich nur hier bei dem bei der ps5 bei der ps4 hatte ich kaum bis gar keine probleme das sehe ich verstehe das nicht wir sind ja stehen geblieben bei schiff happens mit doktor neo cortex das praktisch ist immer weg ja ich habe ja auch kein erzählt was seine einiges neues gab ich habe mir eigentlich eigentlich ja ich gucke meistens immer bei bücherschränken vorbei und auch noch so was ich mir so kaufe da habe ich mir eine neue super mario trinkflasche geholt apropos wir können direkt ins spiel starten bevor ich weiterrede dann 50 befreite lust und gefährliche liebe als hörspiel Godzilla im film ach ja hier ich bin ja dort weiter gekommen allerdings bin ich hier stehen geblieben bei vor unserer zeit epiphos dimension 88 millionen vor den crash pentacles und das habe ich natürlich auch schon naja das brauche ich gar nicht machen wegen dem zeitkampf das habe ich ja auch erledigt und das auch ich mag das jetzt so dass ich so wie ihr auch sehen ich mache das jetzt so dass ich die levels nicht öfters machen also nicht oft wiederhole ich glaube so ein zweimal weil ich habe da fast eigentlich schon die bestzeit rausgeholt für mich so zurück zurück zum das was ich mir geholt habe wenn ihr falls euch das interessiert 50 chaser gray befreit lust 50 chaser gray gefährliche liebe Godzilla home kick ass ps ich liebe dich warum sind die falsch herum ich habe ja das buch durch gewesen stichtag lost lost in london dann habe ich ihm bei so so ein buch was ich mit schmerzen befasst und befasst dann einmal nachgucken der ring des lichts das kreis der kreis schließt sich dann eine sport vorbeinkaufstasche high life oh fuck die zeit geht ja weiter high life als film dann kek-on oder kek-on nicht k-on apropos k-on gibt es jetzt als den anime kommt jetzt als film nee als in der deutschen buchnamen buchnamen schule des schreckens buffy im band der dämon habe ich als als staffel eins bekomme jetzt ein geschenk von der frene rina the moment of silence und ich habe mich so gefragt warum schenkst du mir nicht alle staffeln direkt ne und sie so ja ich habe nur die erste und wenn du die haben willst dann hier bitte schön okay die wollte nicht mehr geld dafür dann habe ich marley und ich in einem bücherschrank gefunden und dracula die wiederkehr ja ich bin mal gespannt weil dracula von dracula möchte ich mir unbedingt die schmuck edition die kostet zwar 30 geld allerdings denke mir so warum nicht okay so klappt so wir haben nicht mal den richtigen crash an also das heißt an sondern wir brauchen das brauchen wir gar nicht betätigen dritten meine bitte eigentlich fertig ja das funktioniert doch wenn ich fragt ja ich bin immer noch mit steuerfreund ja diesmal funktioniert ja frage wie sie ist ja war klar ich super super ja 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 also falls ich hier weniger schaffe würde es nicht stimmen oh scheiße schade eigentlich ja der schaffe nicht rüber ah scheiße ach scheiße nein ja uns verkackt ähm 3.203 Tone ja jetzt können wir ja weitermachen ich habe mir ähm Lone Castle in the Mirror angeguckt ja für meine schlecht war positiv überrascht und fand es cool dass dort einige Sprecher vorkamen welche mir bekannt vorkamen aber am meisten der von der wer ähm der wer ähm der wer sich gekommen und spricht voll cool hm ach nein ja ich glaub den krieg nicht mehr ne ja ich glaub den krieg nicht mehr ne ja 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 naja ja ja naja ich Morgen guck ich mir noch an. Denneflex, mal gucken. Ich bin 6,15 Euro. Scheißegal, wie viel Zeit dort ist. Nein. Nein, ich habe bei 1 geduldet. 2,204 Tore. Apropos. Die Bandicoots kommen. Ich muss zogen. Aber... Ich glaube ich schaffe es diesen Monat nicht das Spiel durchzuspüren, obwohl ich es sehr hoffe. Weil das sind noch ca. 3 Wochen. Die Leute jeden Tag eigentlich spielen. Jeden Tag. Das guck ich auch eigentlich. Oh. Ah, jetzt ist schon wieder der Geister. Warum ist der Geister? Oh. Oh. Scheiße. Ah, doch. Ich habe das geschafft. Dann wieder reinkommen mit den... ...Wirbeln. 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 Ach nein. Nicht schon wieder. Mann. Ich will mal für was Ding angucken. Und ich weiß nicht ob ich mir den Anime-Film angucke. Also mit dem Volleyballer. Haiku oder Haku. Fuck. Hayaku? Komm das kann nicht so schwer sein. ...Wirbeln fest. Wenn denn scheiß auf diese... ...Ach verdammt. Na dann hab ich mal, dass ich nicht sterbe, ne? 'll please. Okay. Ah, schau mal. noch mal mit der Ich weiß nicht, dass ich... ok gleich sind wir da das wohl das hat funktioniert habt ihr das gesehen das habe ich nicht gewusst wir haben unseren unseren rekord so cool bleiben ich habe keine ahnung ich habe keine an wie viel dort stand aber auch ich habe fenster offen 3 206 oder Oh, okay. Ja, we're done. Hmm, I don't know. Nein, diesmal hat's noch andere mitgenommen, ne? 3.208 Tote. Ich glaube sogar, dass ich 3.209 Tote. Dass ich Resident Evil spiele, weil ich mir vorgenommen habe zu spielen. Dass ich hier auch nächstes Jahr anfange. Weil dann habe ich das so. Also, dann kann ich erst nächstes Jahr anfangen. Dann habe ich halt Spiele dort, ne? Kann ich hier auch schön... Ach, Scheiße. 3.2010. Kann ich auch so schön sehen. So, aha. Da und da habe ich die Spiele angefangen. Das wird auch ein Mammutprojekt. Das macht aber nicht. Huuuuh. Habt ihr das gesehen? Ja, war ein Button. Ja. 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 Wenn ich damit nicht schon will. Ja. 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 ich hätte doch nach rechts springen können ich hätte auch 200 auf zwölf, oder? ich habe ein paar Polen, ich habe vergessen, dass ich dann da bin, da ist es okay oh ja Was ist das? ja okay ich glaube weiter vorne war das da wo ich aufpassen sollte also hier glaube ich war das ja 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 313 Tore, das war so knapp, ne? Das passiert, wenn man nicht wartet. Das war so knapp, ne? Das war so knapp, ne? 3214 Gleitern 2x5 Ah, ich bin schon wieder... Nächste Mal gleich aus Spaß mit einer Lupe, jetzt können wir mal schauen... Okay, was war das? Was war das denn? 3216 Tore... Ach man diese... 2217 Tore... 2217 Tore... 3217 Tore... 3217 Tore... 3217 Tore... 3217 Tore... 3217 Tore... Nicht mal funktioniert, hä? Checkt ihr das? 4217 Tore... 4218 Tore... 4217 Tore... 4218 Tore... 5218 Tore... 6218 Tore... Wow! Schaff! 1-9! ich habe sogar geschafft bei der ich glaube der vorletzten doch bei der vorletzten folge habe ich chef happens cool bleiben über trieben und hier ist das andere glaube ich ich will habe ich hier bei den bären ist das natürlich besser wenn man mit dem den steuerkreuz spürt genau ach und hier wenn ihr das hier aktiviert dann kriegt ihr hier noch 3218 tode 3219 tode scheiße ich habe ja ganz vergessen den controller wegzumachen bleib liegen nicht weg zu machen okay dieser kommt ja wieder ein harry potter marathon allerdings kostet das da 81 euro ich hätte ich hätte gerne gesehen auch wenn es für stunden geht so weit bin ich gar nicht gekommen oder doch und mir ist auch gefallen dass die karakteren wirklich ganz schnell da rein wenn sie das aktiviert haben hier war das glaube ich mit dem meine scheiße 2 1 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie hier waren das? Ein Buch, das ist ja bestimmt nicht Wow Oh Immer gucken Oh 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 Ich hab's noch neues. Ich hab gesehen, dass Pink Raider die Master-Edition jetzt endlich als Disc rauskommt. An-N-Way kommt als Disc, also An-N-Way 2. Ja. Meitere Resident-Überspiele kommen noch. Aber ich weiß nicht welche. An-N-Way 2 Remake gibt's endlich ein Release-Date, aber kurz mehr ist man nicht. Scheiße. Ich wollte es eigentlich anders machen, naja. Eigentlich direkt weiter, ne? Eigentlich. Fuck. Nein! Aaaaaaah! 3.223 Kode. 1. 2. 2. 5. 2. 2. 3. 3. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 1. Nichts, dass ich nicht mehr da bin. Ach, verdammt. Ach, verdammt. What the fuck. Ich dachte, ich schaff das. Ach, scheiße. Wie war das nochmal? Ich glaube, wenn er unten ist. Ja, und dann schnell. Ah! 3.225 Tore. 1.225 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 Tore. 1.325 Tore. ja ich habe ihn leider nicht oh ja oder oh 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 nun ja jetzt geht endlich weiter hier vor unserer zeit bitte lass das auch genommen 1 80 20 ach wir haben heute den 11 juni 2024 dienstag 20 über 13 ich spiel schon seit etwa 19 uhr 30 1935 aber wo gibt es einen da grill oh fuck verzeihung ich hätte das mikrofon an drei ton 226 ja 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 da 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 Nimm mehr. Oh Gott, wir haben wieder da auch. Oh no. Wahrscheinlich hab ich gar nicht drauf geachtet, Wengi. Nein, ich laufe. Mal schauen, was passiert. Oder so. Oh, letzten. Wie viel? 1,28. Ja, das wird, das wird, das wird. Knapp, sehr, sehr knapp. 3.227 Tode. 3.227 Tode. 3.227 Tode. 4.227 Tode. 4.227 Tode. 4.227 Tode. 4.227 Tode. Ach, nein runter! 2.258 Tode. 5.227 Tode. 5.227 Tode. 5.227 Tode. 5.227 Tode. so langsam 3229 pro oder 2230 2231 Ich weiß nicht, oder? Wisst ihr was? Ich warte, bis sie... Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich einen Schweren... weiter und 232 233 kann ich nicht einfach angreifen oder so ein scheiß weiter und 234 ja verdammt 3 235 wurde hab ihr das gesehen? voll am hängen bleiben Na, Scheiße! Streiton 236. Nein! Jetzt! Hehehehe! 3237 Guarda! Um bad zu Code! Und genau! Ah nein! Ich glaube, weiter hat die zweite... äh... die zweite Rankenfahrt geht. Geht das an, ja? Was war das? Och nein! Aaaaaah! Na ja, nicht schlimm. Ja, war Nitro oder was? 3238 oder? Hmm. Oh! 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 Wooh! oh ich freue mich schon auf den mit dem dinosport das wird toll ja 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 na gut ich mach hier nen schnitt und dann sehen wir uns wieder zu einer neuen folge von es ist dann der zeit dass wir zum vierten mal mit den überfahren im beutel lag spielen das wird folge 94 sein wir sind bis jetzt 3239 mal gestorben 37 37 tot tschüss auf Wiedersehen und Au revoir meine kleinen Großmutterfucker Eure Solokas